Hallo. Hallo. Ich habe Sie ja lange nicht gesehen. Ich habe schon gedacht, Sie hätten eine Frau gefunden. Nein, nein, hat noch nicht geklappt. Aber wissen Sie, ich muss ehrlich sagen, ich hatte eine Annonce aufgegeben. Was haben Sie denn da geschrieben? Ich habe geschrieben, Suche Witwe mit Hof und Traktor. Mit Foto. Ja, und haben Sie ein Foto gekriegt? Ja. Und ist es schön? Von ihr. Ich wollte es vom Traktor.